So, das Eisen nehme ich erst mal raus. Hast du grad geschossen? Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Battle. So, ähm... Folge 9. Ach ja, Folge 9 sind wir mittlerweile. Ich esse jetzt mal dieses Rock'n'Flash. Ja, ich bin zwar vergiftet, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist besser als gar nichts zu essen zu haben. Ich brauch's grad gar nicht. Wir sind immer noch am Suchen, weil wir viel Eisen brauchen, unsere Gegner zu vernichten. Schlagend vernichten. Die Entlöse. Schlagend vernichten. Für'n Blödsinn. Laphis Lazuli. Oh mein Gott, ich hab hier diese Emeralds... Warte, wie heißt das hier? Emerald, ja genau. Und Laphis Lazuli. Yay. Eisen. Yay. Wo bist du eigentlich schon wieder? Ach da. Hinter dir. Ich hab dir ja zugeguckt. Bist ja eh viel schneller. Ja, weil ich ein bisschen länger Minecraft schon spiele. Ich hab das mal so gemacht, damit wir da nicht reinlaufen, ne? Mhm, mhm, mhm. Sehr gut, Brudi. Ah, ich versuch mal das Eisen hier. Wow. Pass auf, nicht, wenn du in die Lava läufst, ne? Ohne Scheiße, ich töte dich. Nein, nein, nein. Alles easy. Ich hab's noch früh genug gemerkt. Hier ist noch ein Emerald. Car-Tipper. Guck mal hinter dir, lass mal in die Höhle da gehen. Okay, Brudi. Machen wir. Wupp. Hier ist noch mehr Eisen. Guck mal, langsam haben wir richtig viel. Da schon Gold. Wie viel hast du jetzt eigentlich schon? Sag mal einen. Ja, ich hab keine Eisenspitze. Ach so, wie viel hast du denn? Also wie viel Eisen? Oh, wo ist das, wo ist das? Hallo? Eisen? Fünf. Ah, ich hab 27. Ja. Guck mal, hier ist noch mehr Lapis. Ja, willst du nicht das Gold hier abbauen? Warte, hier ist nochmal was Blaues. Ich weiß gar nicht, wofür das Lapis-Lazur nicht gut war. Ich glaub, das ist ein Farbstoff. Könnten wir auch für die Boxen gebrauchen, bin mir gar nicht sicher. Ja doch, ich glaub's war für die Boxen. Zumindest für die eine. Ich mach hier mal kurz. So, jetzt wurde ich nicht vergiftet und jetzt wurde ich wieder vergiftet. Wo war das Gold jetzt? Äh, warte, hier. Direkt hier. Da unten? Ne, das ist, ähm, Emerald. Ach so. Okay, das aussieht gut. Ich weiß gar nicht, ob man das, ja, das kann man hier mit, ich hier kann, kann man mit Dingens, oh. Oh mein Gott, hier ist ein Enderman. Pass auf, pass auf, pass auf. Ach du Scheiße. Wenn du mich verteidigen könntest, wäre das relativ gut, weil ich hier das Eisen hier haben will unbedingt. Ja, wie denn? Einfach zu mir kommen. Er ist ja schon weg. Okay, jetzt hat er sich weg, jetzt ist er ganz weg. Weg da. Du stehst auf meinem saftigen Eisen. Oh. Ja, ich hatte ein bisschen Angst, da oben ist schon noch eins. Sammeln alles ein, was du finden kannst, Bruder. Alles ein, sammeln. Ich bin jetzt schon fast bei 40 Eisen. Läuft bei dir nicht. Ach ja. Ich bin ein bisschen zu schnell für dich, ne? Ach wohl. Alles okay, alles easy, Pam. Okay. Wow. Mein Schwert ist kaputt gegangen. Danke. Bam, Digga. Das war Reaktion hoch 5,80. Oh ne, die haben auch schon Diamanten. Hier ist noch mehr Eisen. Ja, wir haben immer noch keine Diamanten. Brauchen wir auch nicht. Wir sind Männer. Also das Ding ist in einem... Solange die nicht mehrere Stacks finden, ist alles in Ordnung. Irgendwas? Da hier. Boop, 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 boop. Diamonds got you? Was ist das für ein Ding? Diamanten für dich. Weißt du's? Achso, er hat sie geteilt mit seinem Kollegen. Denke mal. Okay, gut. Ähm, lass hier hochbauen. Obwohl, nein, wir sind schon wieder im Wasser. Wir müssen mehr in die Richtung. Ah, okay, wir müssen zurück. Das ist ne Sackgasse. Achso. Oh, lass uns. Ein Skelettes respawn. So. Jetzt ist mein Elf Rottenflash schon weg. So, wir müssen jetzt also auf jeden Fall wieder zurück. Ins Haus, dann bremen wir das. Dann machen wir uns davon neue Waffen. Wir brauchen noch Schießpulver. Einer von uns muss irgendwie Gunpowder finden. Creeper vorsichtig auslöschen. Ja. Kriegen wir beide sehr gut hin. Ja, ich... Oh, hi. Pass auf. Ja, okay. Das war sein Selbstmord. Oh. Oh. Lol. Okay, gut. Lass weitergehen. Weiter in die Richtung. Weiter in die Richtung. Weiter in die Richtung. Ja, ja. Ich bin hinter dir. Okay. So, Respekt vor der Lava, ne? Voll Respekt. Die würde dich eiskalt ficken. Ja, aber man fickt nicht mit dem Ficker, das weißt du doch. Tja, der Lava ist doch scheißegal, weil die ist der Oberficker. Digga. Keiner fickt mit dem Ficker. Warum müssen wir uns jetzt eigentlich schon wieder so komisch hochbauen? Warum finden wir nie den Ausgang? Weil das viel zu lange dauert. Aber wir haben nicht so viel Zeit und ich hab schon wieder keinen Nicht-Hunger. Ich muss mir hier währenddessen mal so ein paar Fackeln hinbaschen. Jo, mach das. Weil ich sehe sonst teilweise echt nichts. Ja, du musst doch die Helligkeit... Ach ja, wegen deiner Softbox, ne? Deiner Hartz-IV-Softbox. Ich hab mir auch eine gebastelt mit einer Lampe und einem Stück Papier. Und ich find das sieht recht gut aus. Also ich bin damit recht zufrieden. Ne, wenn ich die so anguck, also die Folge ohne ohne in meiner Softbox, dann seh ich das auch, was ich dann übersehen hab. Achso, ja, ich weiß, was du meinst. Das hast du mir ja letztens mal schon erzählt, ne? Ja, das ist so behindert. Vor allem das Skelett war direkt neben uns. So ist das, ach ich schäfe mich auch ab. Ja, so richtig dumm. Ups. Okay, ich bin oben. Yay, ich auch. Ich mach den Gang dann aber wieder zu. Nicht, dass da andere noch reinlaufen. Unser Home ist da. Ach was, wär doch lustig. Das hat dir grad nicht mehr da reingefallen. Da kommen zwei Zombies. Du lass einfach schnell nach oben. Okay, noch alles da. Aber ich brauch das Fleisch, das hat eigentlich was. Oh ja, Steak. So. Na gut, jetzt muss ich noch so. Danke. Da kann ich das Rotten mal wieder in die Ding packen. Nö, das kannst du mir geben. Ja, dann holst du sie aus der Kiste. Ja, das ist schon. So, das komplette Eisen wird jetzt geschmolzen. Ähm, und dann werden Mütter gefickt. Okay, warte, ich guck mal kurz in die Waffenkiste. Welche Waffe willst du denn haben? Welche ist gut? Sagen wir so. Ich weiß es nicht. Ich würde ja eher sagen, so die die MP44, ne? Ja. Aber die ist so teuer. Oder wir nehmen die Bazooka. Ja, aber das ist immer nur ein Schuss. Das wird sich nicht lohnen, glaub ich. Ja, da hör ich auch für eine Stunde an. Dann pack ich meine Eisen auf. Ist das der für eine Chief-Bund? Also ich würde sagen, wir nehmen die MP44. Die sieht gut aus. Okay, machen wir das. Und du, also ich hab die MP40, du nimmst die MP44. Wenn die 20 Eisen sind, fertig sind. Ich geh mal auf Creeper-Jagd, würde ich mal sagen, ne? Jo. Ehm, ich, äh, auch keine Ahnung. Hast du noch eine zweite Kiste? Ob ich, ich kann eine machen. Ne, warte, ich mach eine. Hättest du eine gehabt, dann hätte ich keine machen müssen. So. Ja, so geht's natürlich nicht, das weiß ich auch. Ne, verarbeite ich jetzt mal nicht das Holz, oder? Okay, gut, so. Nicht verarbeiten, Holz nie verarbeiten, das gucken wir mal erst später. So, ich such mal ein bisschen Creeper hier. Ja, dann packe ich das ganze Zeug mal hier kurz rein. Ein Knochenpilz. Na, 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 na. Oh, ich hab eine Apfel. Also man macht, man macht Pilzsuppen, indem man Fliegenpilze und braune Pilze zusammen irgendwo hin, äh, in, mit einer Schüssel, egal wie angeordnet macht. Das hab ich in den Kommentaren gelesen. Okay. Das heißt, wenn du Pilze siehst, einfach immer alles mitnehmen. Ich geh mal zu unserem alten Haus zurück, weil hier waren ja mal recht viele Creeper. Das ist richtig, ja. Ich hab nur Angst, dass die anderen uns sehen. Warte, jetzt wird der Shader wieder reingehauen. So, okay, hier ist nichts. Hier sind unsere Zuckerrohren noch, aber Zuckerrohren brauchen wir ja eigentlich nicht. Okay, das ist... Okay. Ne, das ist nur ein Skelett. Ja, ich mach den Shader nochmal aus, sonst seh ich die Creeper nicht, dass der abfällt. Oh, da ist ein Creeper. Ich versuch, ihn zu kriegen. Du musst hauen, wegrennen. Warten, bis er sich abgekühlt hat. Ja, ja, schon, 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 klar. Aber jetzt ist da grad noch ein Skelett. Das ist ein bisschen doof. Hab ich einen Bogen? Ja, hab ich. Aber ich hab keine Pfeile. Pfeile sind oben in der Kiste. Ja, ich weiß. Ich hab auch schon welche reingekackt. Okay, ähm. Ich find nix, mein Junge. Ich find nix, ich find nix. Wo sind sie denn hier? Da ist ein Creeper mit dem Patron. Wieso? Ich hab ihn einmal gehauen, war Kilometer weit weg und er geht in die Luft. Warum? Ich hab das sogar nicht gehört. Ja, er hat mich nicht... Ich war halt extrem weit weg und auf einmal geht er einfach in die Luft. Hab mich nicht mal gefragt, ob es okay ist, weißt du? Okay, ich hab einen. Hat er Schießpulver gedroppt? Nee. Ah. Leider nicht, Brudi. Leider, leider nicht. Okay, dann müssen wir ja weitersuchen. Also, kümmer du dich mal um das Eisen oben. Ey. Ich bin, glaub, voll der Bogenschütze, Digga. Du bist voll der harte Bogen. Ja, dann würd ich das mit den Waffen aber freuen. Oh Gott, ich hab so Panik als erstes rauszugehen, ne? Mhm. Ich hab das aber gerade richtig gut getimt. So, meinen Bogen. Hier ist ein Skelett. Also weiter weg, der war... Ja, ich such mal hier noch ein bisschen. Ich bin stolz auf dich, Digga. Ja, ich auch. Du bist richtig groß, mein Freund. Halt die Klappe. Du bist noch zum Minecraft-Profi. Nicht, dass du süchtig wirst, ne? Nee, ich... Ich möchte gern, dass wir am Tag festgelegte Zeiten haben, ja? Okay. Dankeschön. Ich geh mal ein bisschen auf die Börse, ne? Schau mal, ob da Creep auf hinten, du. Ja, ich seh dich. Wenn unser Eisen jetzt geklaut wird, ne? Dann raste ich aus. Dann mach ich Rage-Quid und schmeiß dieses Scheiß-Projekt an die Scheiß-Wand, ne? Dann springst du einfach viermal irgendwo runter. Nee, ich will dich ja nicht mit rausnehmen. Wenn du weitermachen willst, das ist ja... Das ist ja deine Entscheidung. Dann bin ich allein. Super. Oh Mann, du musst doch irgendwo einen Creeper chillen, Mann. So nicht euer Ernstiger. Ich bleib ein bisschen im Haus, war wegen dem Eisen. Ah, da ist einer. Da ist einer. Ein Creeper oder ein Gegner von uns? Nee, ein Creeper. Okay, ich glaub, beim Gegner würdest du auch mehr ausrasten, oder? Ja. Ja, der hat gedroppt. Gut, dann kannst du dir damit schon mal ein Magazin machen. Zwei Stück. Ich glaub, zwei reichen auch für das große Magazin der MK44. Hallo. Also jetzt soll ich mir das Magazin basteln? Naja, du brauchst ja nur für das Magazin... Für das Magazin brauchst... So. Du brauchst ja nur für das Magazin Schießpulver. Macht Sinn. So, also jetzt, wo ich dieses OpenGL angemacht habe, fängt das dann nicht mal an rumzuhallen. Das ist irgendwie unlogisch. Halt, ich brauch ja noch Eisen. Ja, das wär gar nicht mehr so doof. Ja. Ich nehm's jetzt einfach mal alles raus. Ja, du müsstest damit eigentlich schon ein Magazin und eine Waffe machen können. Ja, ja. Ich glaub, das ist relativ weit geschmolzen. Nee, ich hab Holzbräu noch. Da hab ich eigentlich... Da haben wir eigentlich relativ... Ich bring noch was mit, aber eigentlich hatten wir relativ viel in der Box... Ja, ja, ja. In der Kiste. Also, ich würd mal sagen... Okay. Wenn du denn eine Waffe hast, dann gehen wir los. Haps, haaps, haaps. Hast du die Waffe? Ja. Ich leg die mal auf zwei. Das Magazin muss ich ja nirgends drauflegen, oder? Genau, aber... Ja, nö. Also, jetzt auf die Waffe und dann? Wie lade ich? Einfach einmal schießen, dann lädt er nach. Ah, okay. Alles klar. Gut. Gut, dann wollt ich sagen... Hast du was zu essen? Ich hab nur noch Rottenflash. Einen Apfel. Ja, den Apfel kommst du mir mal geben. Ich hab ein Schwein gefunden. Na, komm doch her. Ja, ich bin offenweg nach Hause und dann gehen wir los, oder? Das ist ja eigentlich egal, ob die Folge beendet wird, weil wir spawnen ja dann eh später wieder da. Mhm. Ja gut, die wird jetzt aber, glaub ich, demnächst. Ähm, wir sind bei 13 Minuten. Das heißt, wir haben noch ein bisschen, ne? Ich hab noch drei Schweine-Kontleppen mitgebracht. Digga, du sagst schon mal bei 7 Minuten, alter Folge, gleich vorbei. Hey, wir müssen uns beeilen, Digga, hey. Nein, aber weil wir meistens so sehr lange zurück brauchen, weißt du? Also mit links ziel ich und mit rechts schieß ich, gell? Genau, genau andersrum wie bei Shootern. Das ist ein bisschen verwirrend. Ach, ich muss nur einmal draufdrücken, okay. Ich dachte, ich muss draufbleiben, aber egal. Okay, gut. Wir nehmen jetzt mal... So, das kommt noch hier rein. Ich könnte nur einen Bogen gebrauchen. Da sind doch bestimmt ein paar drin. Achso, da sind doch zwei... Ach nee, zwei Fäden, wir brauchen drei. Okay, Emerald, Gold und so. Pack das, nimm das mal alles raus, das was wichtig ist. Bingstack, Red Zone, ach nee. Rose Red. Kohle kann auch mit raus. Eisen brauch ich. Schere die Werkzeuge. Ich mach uns jetzt noch eine Box. Warte, das Holz. Nee, das ist egal. Oakwood. Dein Apfel. Dankeschön. Gönn dir, Bruder. Komm her und gönn dir. Wir machen uns jetzt eine Box, packen die unterirdisch hin. Okay. Und dann würde ich sagen, gehen wir los, ne? So, das Eisen nehme ich erstmal raus. Hast du grad geschossen? Ja. Oh man, ich hab mich richtig erschrocken, du behindertes Stück. Okay, ich brauch noch mein Magazin. Es hat elf Schuss vor. Ich hab nicht gemerkt, dass ich die Waffe ausgewählt hatte. Bin ich aus Versehen auf den Hof. Ich dachte grad selber so, Gott, was geht denn hier ab, Alter? Meine Fresse, Alter. Ich dachte, von unten schießen die auf uns. Hast du noch vier Eisen? Ja. Okay. Aber wie der im Dauerfeuer geschossen hat, Alter. Scheiß. Vier Eisen bringe ich mit. Warte, ich packe nur die ganzen wichtigen Sachen mal weg. Nee, ich brauch nur vier. Einmal Schwarzpulver hab ich noch. Boah, Alter. Oh, die haben auch Enchanter. Die benutzen die Diamanten für Enchanter. Oh, das ist scheiße. Die haben vier Diamanten gehabt. Drei für eine Spitzhacke und ein für einen Enchanter. So, ich bin hier. Bitteschön, hier vier Eisen. Da ist die Waffe. Magazin. Apfel. Ich hab alles. Ja, warte. MP 44. Zack. Neues Magazin. Gut, lass uns losgehen. Obwohl, wir können uns theoretisch noch zwei Hosen machen. Ja, warte mal. Achso, okay. Ich dachte jetzt gerade, ich schreibe mal um, folgen Ende. Ich mach uns noch zwei Hosen. Ich bin sofort da. Dann haben wir auch unsere Eisen wieder verballert. Ja, warte. Dann mach ich mir hier mal einen Waypoint. Ach nee, du weißt ja, wo die Kiste ist. Von daher. Scheiß drauf. Und die Kiste, äh, die Hose kommt. Jo. Seh sie. Okay. Okay, gut. Auf geht's, ne? Mhm. Komm, lass uns dann erst mal in die Mitte gehen. Ich mach den Shader wieder an. Nein! Ja, gut, wei, klar. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, wiedersehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt schlechte Unterhaltung und Penis. Toodaloo! Tschüss!